Ja, ja, wer fängt denn heute an? Ich weiß gar nicht. Ich trink doch meinen Tee fertig. Und was macht die Hanne so? Äh, die bitte was? Die bitte was? Die Hanne, was macht die denn so? Ach, die Hanne. Ja, hör mir auf. Du, die war neulich auf einem Seminar. Die will sich fortbilden lassen. Stell dir mal vor. Ach, hört auch auf. Ist die immer noch so fett eigentlich? Ja, nein, das hab ich noch nicht gesehen. Die ist auch aufgegangen wie ein Hefeteig. Seit der Gerd sie verlassen hat. Jetzt wissen wir im Frauen-Circle nicht genau, hat der Gerd sie verlassen, weil sie aufgegangen ist oder ist sie aufgegangen, weil der Gerd sie verlassen hat? Oho, es macht mich fertig. Oh Gott. Ja, du hast... Das ist aber auch ein arrogantes Stück. So findet die doch nie ein. Ich weiß auch nicht. Du hast du in der neuen Brigitte gelesen? Das sind ja 10 Tipps, um sich einen Mann fürs Leben zu angeln. Einen Mann fürs Leben. Ach, du, hör auf. Wir sind grad irgendwie schlecht. Ja, ach Mensch. Schön. Wir sollten einfach die Starbound-Folgen machen jetzt immer. Wir sitzen hier einfach nur und tratschen. Ja, genau. Let's talk so. Ja, let's tratsch einfach. Du, der Prinz Albrecht. Das stand jetzt in der Bunte, hab ich das gelesen. Boah, das war aber echt mal... Was sind die Bilder? Ja? Alter, das machen wir echt mal. Wir kaufen uns ne Bunte und reden über die Themen in der Bunte. Das wäre doch lustig. Alter, dann deaboniere ich mich selbst. So zur 100. Folge oder sowas. Boah. Alter, meine Frames... Guck mal, meine Frames kotzen auch gerade. Ja, ich hab's grad gesehen. Du hast grad voll rumgeflackert. 22 Frames. Pass mal auf... Oh, hier ist 6 Leder drin. Cool. Ja, die hab ich davon reingepackt einfach mal. Geil. Hab ich aber nicht rausgenommen. Ich wollte jetzt die Klamotten einfach in den Schrank legen. Huch, von meinem Erfrischungsgetränk muss ich gerade... Hab ich aktuelle... Nein, wenn ich Gasentweichungen sage, hört's jetzt falsch an. Es war Umluft. Es war Umluft. Aber halt aus, äh... Da, wo das Getränk reinging... Trinkst du wieder Blumenkohlsaft, ne? Boah, iiih. Kohlrabi-Juice. Mal gucken, was ist denn eigentlich? Fünf? Die bringen alle fünf... Wo kann man eigentlich diese Bull-Tops da anbauen, oder was ich da habe? Äh, ganz normal auf dem Felde. Und? Mal Commander Pants. Ah, die Pants bringen gar nichts. Aber das Feld ist eh voll. Gibt ja keine Mühe. Achso. Also mal Pants und Jacket. Okay. So. Hab ich nicht sowieso schon Commander-Klamotten? Ach ne, ich hab momentan gar keine Klamotten an. Dann... Ups. Ups. So, ich hab mich mal umgestylt. Ich hab mir mal Commander-Klamotten genäht. Und hab die über meine Rüstung drüber angezogen. Das geht übrigens auch. Sieht aber schon viel cooler aus. Jetzt musst du nur noch die Pikachu-Mütze absetzen. Ja, ich hab ja sonst... Keine Mütze, glaub ich. Ne, hab ich ja nicht. Ich hab nur den Helden gerade auf, aber den trag ich ja unter der Mütze. Dududut. Dududut. Hm, ich müsste mir auch mal so eine Rüstung machen, aber irgendwie hab ich keine Pixel mehr. Äh, ich hab 1800, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich dir die geben kann. Ja, gut. Ich guck mal, vielleicht krieg ich ja von 257. Müsste ja irgendwas hinkriegen, ne? Ich hab grad ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet. Ich arrogantes Schwein. Ach, ich hab ja genug. Man lebt auf großem Fuße. Wo macht man sich denn ne Rüstung eigentlich? Macht man das... Ne Rüstung machst du am Amboss. Okay. Und Klamotten nähst du dir halt mit dem Spinnrad. Ich finde aussieht, als müsste ich gleich zur Arbeit gehen. Serious Affe. Serious Abe. Business Abe, genau. So, die haben auch 5... 5-1. 5-1, der im Schrank sitzt. Der ist geil. Ja. So, die Mütze hat auch nur eins gegen Wärme. Die kann ich eigentlich aber mal getrost... Leg ich mal da rein, als mein altes Outfit. Muss man mit Steinrüstung anfangen, oder ist Kopper hier bei Rüstung das erste? Ich glaube, da kann man direkt loslegen, wenn ich mich recht entsinne. Ich guck mal ganz kurz. Äh, Simusickl... Äh, man fängt mit Kopper an, tatsächlich. Das war auch mit diesem Verbessern, ne? Genau, und dann musst du halt mit Eisen, aber Eisen haben wir ja genug da. Ja, das musst du ja eigentlich hinhauen. Wollen wir dafür. Ich würde echt nochmal gern wissen, scheiße. Ich würde echt nochmal gern wissen, scheiße. So, Tech-Slots, Pet-Slots. Kommt ja auch noch alles. Da bin ich mal gespannt, was das alles wird. Ähm, Wooden-Crafting-Table haben wir momentan gar nicht. Die fällt mir gerade auf. Was denn? Äh, 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 kennst du mich noch? Ach, bist du nackt? Geh mal weg. Ich kann das gar nicht ertragen. Ja. Diese kleine Schraube, die da raus loogt. So, dann haben wir hier jetzt noch. So, dann haben wir hier eigentlich alles. Das hier unser Werkraum und die Küche gleichermaßen ist doch super. Oder? Also, ich finde, es sieht hübsch aus. Ne? Kann man... Haben wir gut gemacht. Kann man so lassen, ne? Hey, ich hab noch 200 Iron-Ohr, seh ich gerade. Ach du Scheiße. Ähm. Ich hau mich mal aufs Ohr. So, warte. Ich kann mir noch gar keine Iron-Dings machen, glaub ich. Na klar. Braucht man da ne Dings für? Ne Laufpause? Die Copper-Scheiße brauchst du dafür eigentlich. Ja, ja, hab ich ja. Aber ich kann trotzdem nur Copper-Chest-Piece-Helmet. Und Griefs machen. Ja, aber du brauchst ja die Copper-Dinger. Achso, du hast sie aber schon angelegt. Also hast du schon fertig? Ja, im Inventar. Aber ich kann keinen Iron-Gram machen. Möglicherweise. Darunter die Defekters-Dinger und sowas? Ne. Bei mir ist es nie Defekter, bei dir wie die heißen weiß ich ja gar nicht. Knife-Knife-Helm und Knife-Brest-Blade. Das kannst du nicht machen, weil dir was fehlt? Achso, es gibt gar keine Silber-Rüstung so ganz normal. Ne, Iron gibt es halt. Dazu brauchst du aber erstmal die Copper-Rüstung und die kannst du dann aufwerten. Die musst du im Inventar haben und dann kannst du dir die aufwerten mit Eisen. Hm, also ich kann da nichts aufwerten irgendwie komischerweise. Echt mysteriös. Ne, ich kann nur Copper machen. Soll ich dir da mal irgendwas zurechtlegen? Warte mal, hier doch. Ach, die heißen Gnaves-Pans, kann das sein? Und die ganzen Gnaves-Sachen? Ja, bei mir heißen die eh anders. Bei mir heißen die Defektor. Ah, okay. Ich bin ja Affengesellschaft. Ah, und ich hab mir gerade nochmal die Defekters-Pans angezogen. Was ist da unten los, monstertechnisch eigentlich? Hallo, Freunde, ich bin übermütig. Alter, voll der Zoo. Hast du wieder Spaß da unten? Äh, betreibst du Forschung. So, ich mach ja mal, die sind bestimmt für meine Framerate verantwortlich, deswegen. So, Freunde, ihr auch. Was kommt mit deinem Besen irgendwo drauf aus? Ich bin ja der Hausmeister. So. Ich glaube, jetzt sieht die Framerate auch ein bisschen anders aus. So. Tür zu, Affe tot. Ah, nee. Nee, was? Lieber nicht. Oh. Jetzt hast du eine Copper-Rüstung, eine Copper-Brestplate, ne? Jaja. Für mehr hat das Eisen leider nicht mehr gereicht. Ich hab doch Eisen, sag doch was. Ach so. Ich dachte, du hast da oben auch alles reingepackt. Nee, nee, nee. Ich hab hier gerade eingesmeldet. Ich hab noch 100 Eisenbarren gerade eingesmeldet. Ach so. Ich lege es jetzt hier oben in unser Sicherheitsregal. Und danke. So, die Kohle nehme ich mal lieber mit, weil damit... Alter, ich hab ja noch mehr Silberbarren. Krass. Ich mach mal... Ich räume hier oben mal ein bisschen auf, ne? Also in der Kiste auch. Ja, mach mal. Äh, rüste, 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 rüste. Fehlt'n jetzt noch. Äh, keine Pixel mehr. Toll. Silber. Sag mal, Copper. Huch. Nein. So. Silber. Gold. Diamant. Platin. Für Kohle lass ich ein bisschen mehr Platz oder was auch immer wir dann noch finden. Ich weiß es nicht. Und dann mach ich mal so. Ich geh mal das Eisen da nochmal mit rein. Ach, sehr gut. Ach, das siehst du. Das hat mir noch gefehlt. Hat mir gerade auch gefehlt. So, ich versuch nochmal zu sortieren nach Wichtigkeit. Ich weiß nicht warum. Ja. Und das Silberohr pack ich da auch mal rein. Oh. So, einfach nur damit, was nicht im Inventar alles zuklumpt. Kohle nehm ich aber mal mit. Also leider lass ich da drin, aber ich nehm meine, behalte ich mal im Inventar. Einfach nur vorsichtshalber. Ja, du kannst ja auch mal meine mitnehmen. Du packst das ja eh bei dir dann ins Schiff. Kannst ruhig mitnehmen. Ja, aber wegen Fackeln craften. Ach ja. Ist übrigens ne gute Idee. Soll man so machen, hab ich gehört. Ach, da liegt ja noch ein Gong in der Kiste. Und was da nicht alles drin liegt. Hätte noch mehr von dem ganzen Scheiß, weil ich da passe nicht mehr rein. Ich auch. Wir brauchen echt, äh. Wir brauchen echt ein Lager. Ja. Ich würde sagen, als nächstes bauen wir uns irgendwo noch ein Lager. Vielleicht noch eine Etage drunter unter dem Labor, oder? Ja, würde Sinn machen, glaube ich. Sehe auch ganz smooth aus und würde nicht unter dem Haus alles kaputt machen, wenn wir da jetzt auch noch was, äh, hier noch was drunter bauen. Das sieht sonst irgendwann doof aus. Ich glaube, ich glaube auch. Ähm. Woll ich denn jetzt? Lala, lala. Ach. So. Ich packe auch mal meine ranzigen Roboter-Jeans hier mit rein. So, Bananen. Der Affe pflanzt wieder Bananen an. Lass den Affen nicht aufs Feld. So. Und Weizen. Ist das Feld wieder angebaut und vor allen Dingen kann ich dann, wo ist der, ich kann in der Küche was zubereiten. So, Brot stelle ich erst mal her. Für ein paar hat's gereicht, dann kann ich da Bananenbrot herstellen. Jo. So. Wenn du was willst, sag Bescheid. Ja, ich hab noch Kiwi und sowas. Ah, okay, alles gut. Was, äh, sagt der Hunger? Ich guck mal ganz kurz. Oh, das geht ja alles noch. Auch mal was reinhauen. Was ist denn Toxik? Toxik Top. Ja, kannst du essen. So, Feld ist bestellt. Die Frage ist, ja, wir müssen Kohle suchen, ne, eigentlich. Ja. Wir könnten das ja auch schon mal in den, in den Dings reinpacken und mal gucken, was wir, wie viel wir haben. Ich würd aber fast noch ein bisschen sammeln, eigentlich. Oder? Ja, das auf jeden Fall, ja. Holz haben wir auch noch ein bisschen. Ich möchte aus dem Holz ungern Kohle herstellen. Ich mach mal folgendes. Ich mag mal aus zehn Holz oder so wahrscheinlich eine Kohle, ne? Ja, irgendwie so. Also ich weiß das Verhältnis gerade nicht, aber ich geh mal unten hier, hier unten. Ach, warte mal. Weißt du, was wir mal machen könnten? Ich würd mal in diesen, ja, ja? Ich würd mal ne Spitzhacke gerne reparieren. Ich weiß nicht wie. Kannst du nebenbei googeln? Ne, ne? Doch, ich kann mal gucken, ja. Ah, das wär super. Aber das würd ich wirklich gerne machen, weil ich möcht nicht mit der kaputten Spitzhacke jetzt rumlaufen. Xbox, Bing. Ne, warte, Moment. Das ist fast richtig. Hey, das ist ja die Kopperrüstung. Noble Pants. Oh, Merchand Shirt. Oh, der feine Herr. Kopperhelmet. So. Ah, du musst das, ähm, das Ohr nehmen. Also, du musst dein Ohr nehmen. Ja, ja, mein Ohr. Hab ich in der Hand. Und jetzt? Und an die Wand drücken. Au, 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 okay. Schmiert ein bisschen. Ne, du musst, äh, dieses, du musst das, das Originalohr nehmen, das Unverbrauchte. Und musst das oben einfach nur in die Leiste auf die Spitzhacke drücken. Platinumohr? Ne, also hier in dem Video, wo ich jetzt gerade kurz nebenbei reingeguckt habe, war das Kopper, was er genommen hat. Kopperohr? Ja, einfach obendrauf auf den Pickaxe. Na toll, ich hab kein Kopperohr mehr da. Ich hab natürlich alles, äh, in Bars gemacht. Du kannst aber scheinbar mit jedem, mit jedem Ohr kannst du das schon mal reparieren. Muss man, wenn, haben wir noch irgendeins? Super merkwürdig. Hier so ein Silberohr haben wir noch. Okay, warte, mach ich gleich. Ich will nur mal ganz kurz nochmal eine Kiste hinstellen. Einfach nur, weil ich so viel Krempel, so viel Baukrempel im Inventar habe. Ja, das finde ich. Dass ich das gerne loswerden möchte. So. Hier, sowat. So, sowat. Dann noch hier so ein, da hab ich noch vier Kisten. Tu vier Kisten in die Kiste. Mamuschka. Wat? Oh, da hab ich noch eine Sache, die wollte ich ja noch unbedingt. Aber wohin? Hier ist doch noch leer, da kann ich da, das passt doch bestimmt noch da hin. Ich bin sicher, da wirst du dich freuen. Es ist sehr schön, was ich gleich tun werde. Huch, wo ist es hin? Bin ich blind? Hier. So. Boah, wer ist das denn? Das ist Shakespeare als Roboter. Geil. Total geil. Voll doof eigentlich. Ich hab eine grüne und eine gelbe Taschenlampe. Wozu? Hm. Bist du doch ein Disco-Monkey? Ich glaube ja. Und Flares. So, was kann ich jetzt noch in die Kiste packen? Ich hab ja auch noch hier neun DPS, braucht doch keiner. Two-handed. Das ist ankommen. Soll ich das nicht mal reinpacken einfach? Ne, ich weiß ja nicht. Sollte man das Schwert, was man ganz am Anfang hatte, sollte man das, kann man eigentlich weghauen, ne? Eigentlich schon, ja, ja, 4 DPS ist ja... Dann hol ich das mal weg. Was soll's. Vielleicht schmied das Spiel ab. So, vier. Wie das, was die in Bibliothek löscht. Huch, ich hab die Goldbarren gar nicht in die Kiste gepackt. Mach ich gleich. Äh, 15. Die Lagerfeuer packe ich ganz vorne hin und das Essen gleich danach. Dann hab ich es ein bisschen sortiert. Dann such ich nachher nicht wieder so verzweifelt. Mach ich die erste Reihe. Im ersten Inventar mach ich einfach Essen. Ja, ist ne ganz schöne Stadt. Ja, weiß ich nicht, ob ich das so bezeichnen würde. Die Stadt ist schön, aber der Rest... Ach so, weiß ich gar nicht. Ich war da nur mal so ein paar Mal auf der Durchreise. So, Brote. Alter, Essen hab ich jetzt aber wirklich viel mit. No, Fackeln wollte ich mir noch machen. Dat war's. Fucken? So, zwei Whiskyflaschen. Ach, stimmt die Geschichte. Da war ja mal was. So, die Klarinette kommt nach unten hin. Boah, wenn man das Inventar sortiert, sieht es irgendwie viel besser aus. Fällt mir gerade auf. So, Samen packe ich dann immer hier auf die zweiten, zweiten Dinge. So, das Glas brauche ich ja gerade nicht. Ich mache unten in die untere Reihe, mache ich mal Sachen, mit denen man noch richtig bauen kann. Die Dinger und ditte hier. Hey, 20 Frames, obwohl ich stillstehe. Ja, ich habe gerade auch einen bösen Einbruch. Ich glaube, das ist, weil es regnet. Ich bin mir noch nicht sicher. Das ist einfach fantastisch. Die Maus dann nicht mal so nachziehen würde. Ja, ist ekelhaft. So, DPS 9. Brauchst du ja auch nicht mehr, ne? Nee, nee, nee. Two-Handed, DPS 9. Was ist denn dieses Javelin eigentlich? Können wir das aufbauen irgendwo? Ah, ich glaube, das sind so Speere, die man werfen kann. Cool. So, den Hunting-Bau. Wie soll ich denn nicht ausgerüstet? So, das... Hast du noch Samen bei dir im Inventar? Also... Ja. Auch Weedsahnen? Samen? Samen. Einen, ja. Dann haue ich dir mal noch drei Stück rüber. Okay. Nehme ich gerne. Ich pflanze ja eh an. So. So, ein Medical-Kit habe ich hier noch rumfliegen. 175 Rüstung habe ich. Was hast du denn? Wo siehst du denn das? Bei Inventar? Äh, ja. Bei Stats. Äh, das Schild unten? Ja. Ach, oder was ist denn der Blitz? Ne, warte. Dann ist das das Schild. 12 habe ich da. Da habe ich 15. Der Blitz, da habe ich 115. Keine Ahnung, was das ist. Das unter dem Lebensbalken. Was ist das? Das Ausdauer? Könnte sein. Aber hat man die Ausdauer schon mal gebraucht? Ich weiß es gar nicht. Ne, irgendwie nicht. Aber man kann auch laufen, sehe ich gerade. Ich kann nur schleichen. Also normal gehen. Wenn du Shift drückst, also wenn ich Shift drücke, kann ich so laufen. Also bei mir geht er langsamer, wenn ich Shift drücke. Ja, ja, genau. Ach so, ja, also du läufst also. Er geht. Das heißt gehen. Ach so, ja, also ne, laufen, gehen ist für mich das Gleiche. Ach so. So, was auch. Ich hau mal die Goldbarren noch oben mit rein. Ja, und du wolltest das mit dem Silver Order noch ausprobieren. Genau, genau, genau. Äh, 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 das war hier im Bücher, ne? Im Bücherregal haben wir die ganzen Rohstoffe. Ja, genau. Wo sie auch hingehören, wie wir wissen. Ja, hinter die Bücher natürlich. Hä? Das soll klappen? Ja, also laut dem Video schon. Also ich packe das Silver Order jetzt auf die Spitzhacke, dann wechselt der das einfach nur. Ach, jetzt habe ich Rechtsklick gemacht und es könnte sein, dass die Spitzhacke ein bisschen besser geworden ist. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist das Silver Order weg. Es wird wohl irgendwas gebracht haben. Müsste man mal ausprobieren, wenn wir jetzt dann mal vielleicht nochmal losziehen. Lass doch mal einfach losziehen. Wir hätten auch, was wir auch mal machen können, ist in den Brunnen da hinten. Da ist doch so ein Stadtbrunnen. Da mal runterschwimmen, ob es da irgendwas gibt. Das stimmt. Wollen wir das mal machen? So. So, ach guck mal, da ist noch ein Eimer, da steht noch eine Laterne. Oh, ich nehme besser die Waffe aus der Hand. Ich leuchte die Leute einfach mal an. Toll. Hi. Da ging nicht zu, ne? Was? Was? Nein. Ich bin über den Tag gewesen. Ich auch. Ich halte das Licht und du tauchst. Das ist ja geil. Naja. Geht so, ne? War die beste Idee, die wir hier hatten. Oh. Oh, du hast den Brunnen abgelassen. Die haben kein Wasser mehr, die Menschen hier. Oh. Naja. Also die Butter. Das passiert aber automatisch bei diesen komischen Brunnen, dass sie sofort ausdörren. Oh. Oh. Hi. Boah. Was machst du da? Hast du wieder Freunde gefunden? Naja. Hey, Kohle. Oh, die Goldspitzhacke ist aber cool. Warte, wenn ich mich hier gerade durchschraube, ist ja unfassbar. Was machst du da? Komm mir lieber nicht nach. Warum? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Uah. Ach, hör auf. Hör auf. Was hast du wieder gefunden, ne? Direkt die erste Höhle mit viel Bargeld. Huch. Hallo? Ich kann die Dinger gar nicht mehr kaputthauen. Warum nicht? Ich kann auch gerade keine Fackel setzen. Ich auch nicht. Ich glaube, der Server ist weg. Nein. Ich habe Fackeln gesetzt. Die sind verschwunden, aber nicht an der Wand. Dinger, Dinger. Dinger, Dinger. Ja. Ich habe gut läuft. Untertitelung des ZDF, 2020